Das sieht man original mit drei Backen-Kupplung. Wunderbar, sieht doch wunderschön aus. Braucht man nichts Neues kaufen für Trimark Pompik. So, jetzt siehst du, diese ganze Schrott ist alles von Taiwan und Japan. Ist scheißen Dreck. Kauft du deutsche Produkte. Und in Indien, was in Kalkutta gibt, sind sie nur aus Plastik. Alles scheißen Dreck. Ich sag dir, Feder ist okay. Backen auch gut. Sind drei Backen. Manchmal gibt es auch eine auf eine Backen. Scheißegal. Und diese machst du später wieder drauf. Das kommt der Paar. Ich werde es.